Hallo ihr Lieben, eine neue Folge. Heute werden die ersten Kartoffeln geerntet, beziehungsweise das ist schon geschehen. Dafür gibt es eine Rückblende, denn der Sven hinter mir hat seine ersten Kartoffeln rausgeholt und er macht sie gleich vom Acker. Also seid gespannt, Video folgt jetzt. Fangen wir mal vorne an, die ersten. Die sind ja alle zur gleichen Zeit. Einfach runterheben oder wie? Ja, jetzt mal, aber gerade runter. Gerade runter. Jetzt gehst du mal hoch damit. Oh, ich seh schon welche. Na, hat er was richtig gemacht, ja? Die sind ja cool. Na, was ist das für ein Gefühl zu haben? Ist das ein schönes Gefühl, mal was selbst geerntet, das in der Hand zu halten? Da ist noch mehr drin, du. Das wett ich. Hast du ein Behältnis mit eigentlich? Ähm, nein. Ich komme auch gerade aus Milchstil, deswegen bin ich so ein vorbereitetes Tier. Da ist noch mehr Tag los. Junge, da sind ja richtig viele drin. Du hast noch eine. Da unten in der Mitte, genau. Was geht denn hier? Boah, noch mehr. Das ist ja eine Schatzsuche hier, wa? Das ist halt ja was von Goldgräbern husern. Das ist ja auch so ein Trieb weiter raus ist, deswegen sollte man am Anfang nichts zu dichter an der Pflanze. Ah, ok. Ich bin richtig zufrieden. Sind die alle gesund? Die sehen richtig gesund aus, alle, finde ich. Siehst du da nicht? Ne, da ist nichts zu klein. Nichts grün. Na, die keimt ein bisschen, ne? Nein. Oh, ich steig hier gerade irgendwo drauf. Ja, wie viel würdest du denn noch mit haben? Hab ich eine Tüte oder sowas? Da finden wir sonst noch was. Du kannst auch so einen Korb mithaben, da so ein... Die werden alle nochmal so groß. Ja, ok. Trost. Hier ist ein. Ach, nee, trost. Da ist noch eine. Und noch eine. Oh, ja. Das ist ein Zeichen, dass die alle noch gekommen wären, ne? Ok. Wenn alle so groß, größer geworden sind. Und ich möchte bitten, wenn die jetzt irgendwo liegen lässt, dass da nächstes Jahr... Ja, auf jeden Fall. Das habe ich schon gelernt durch die Kompostteilung, dass da noch was gekommen ist. Oh, mein Schatten ist mit drauf. Würde ich sagen, voller Erfolg, ne? Willst du noch weitergucken gerade, oder was? Ne, ich bin nur den Sand hier ausgedrückt. Da war noch eine? Ne, doch nicht. Das war ein Stein. Guck mal hier, hier ist die alte Kartoffel. Oh, ja. Tatsache, die ist ganz matschig geworden. Die ist matschig, ja, ja. Die ist nämlich eine kleine, ist nass und... Also nicht geweckt, ob es nicht drin ist, wie du sie gesehen hast. Also da vorne ist ja noch diese Hake, diese Forke, diese... Sogar schon für den und mich. Muss ich noch zwei ausheben. Er grinst. Sehr gut. Also ich würde jetzt keine Beiträge noch rausnehmen wollen. Du gleich fahren? Ja. Mich ist lagern für zu Hause? Nein, nein. Und dann komme ich noch mal wieder mit dem Rucksack und dann Handy kommt von mir. Ja, dann ist das. Das ist doch so. Okay. Lagern, ja. Darfst du übrigens jederzeit bei, ne? Cool. Cool, cool, einmal vielleicht über Handy Bescheid zu sagen. Ich war halt bei dir im Garten oder so. Nicht, dass du denkst, da war eigentlich... Ja, ja, ja. Okay. Ja, das ist die Zeit davon, ich kriege nachher noch Erdbeeren. Cool. So ihr Lieben, die Folge ist zu Ende gedreht. Mein Vater und Sven sind beide schon wieder weg. Vielen Dank an meinen Vater, der uns geholfen hat und gezeigt hat, wie das geht. Wir konnten ein paar Kartoffeln aus dem Boden holen. Bei der ersten Pflanze waren es einige mehr, bei der zweiten recht wenig. Aber es war nach unten auch recht fest durch die, ja, quäken Grasnarben, Grassoden und dementsprechend, glaube ich, hat ein bisschen Platz gefehlt oder der Boden an sich war zu hart, so die Theorie meines Vaters. Aber es ist schon schön, was aus dem Boden zu holen. Ich war ja nun nur Beobachter, habe gefilmt, habe mich ansonsten da größtenteils rausgehalten. Aber die Freude war, Sven anzusehen, da mal was Eigenangebautes aus der Erde zu holen. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, euer Lars. Tschüss. 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 Tschüss.